also primär die wenn die granate richtig landet die wenn die granate irgendwie landet und wenn deckung weg sollen die chimie granate gebe ich lieber einem nicht ingenieur weil die haben eh nur eine ladung bei granaten ja das klingt so und die granaten sind primär für mich dafür da irgendwelche sehr starken einheiten zu debuffen und langsam zu docken also sektor potz zum beispiel oder cyberdisk sowas in richtung das heißt du bekommst das ding dann und ich habe mich verzählt bei den rüstungen brauchen doch eine mehr hat dich gefühlt recht gehabt so waffe rüstung alles gut du bekommst jetzt die kestrel da schönes neuer sniper gewehr b port und scope und du kriegst die scouts auch motion tracker battle scanner normale rüstung und lässer gewehr alles klar sollten jetzt alle ordentlich ausgerüstet sein ich muss unbedingt beim biker daran denken dass er nicht sich bewegen soll von ihm kann ich ruhig mal rennen in positionen gehen und dann warten wir jetzt schon zweimal mindestens und es ist immer dasselbe problem und ich versuche es immer zu vermeiden aber es klappt doch irgendwie nicht man geht irgendwie immer in richtung mitte weil die deckung da so verlockend ist und weil man von da aus richtig gut schießen kann aber dann triggert man viel zu viele mobs also egal wie man es da macht man macht es falsch außer man geht noch vorsichtiger vor als ich meistens eh schon vor gehe und das ist dann ich probiere es aber mal wieder so wo ist mein scout und da schaust darauf sie ist nichts und gehst einfach weiter und sie ist auch nichts okay das heißt ich kann jetzt vorrücken wohin ist die große frage die dinge da sind einigermaßen schick egal in welche richtung verrückt also wenn ich nach da gehe also einmal hier außenrum habe ich hier gute deckung und kann von da aus auch teilweise noch da hinschießen und ich habe hier eine volle deckung und da auch noch also ich kann auch einigermaßen mich vorwärts bewegen dass das glaube ich auch eine volle deckung oder die richtung kann ich mich halt so drehen und denn da jeweils einen haben wobei es von hinten aus schwer zu schießen ist ich probiere erstmal hier nach oben das heißt du mit der schweren waffe die sich nicht bewegen darf danach wenn ich schießen darf nach bewegen läufst vor sniper sniper bräuchte sowas als schützende position da bleibt er jetzt erstmal du bist chef ne chef chef sucht sich schön sichere gebiete äh das da ist jetzt nicht so sicher aber nächste runde kann er dann dahin gehen was recht schick ist ich hätte auch die Infanteristen ganz gerne in der vollen deckung später damit sie da schön bleiben können und zweimal schießen und die ingenieure hier eigentlich recht flexibel irgendwo dazwischen auch ruhig nur in halber deckung weil sie sich eh gleich weiter bewegen oh da hättest du auch die voll deckung mitnehmen können aber ich habe nicht verklickt du du bist der dauer suppressor der ist cool du 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 Und ein McToEach-2-Track. Immer noch nichts auf dem Scanner. Okay, wir haben hier irgendwo eine Einheit. Und hier eine. Kostetag hat der Scout die Einheit da drüben nicht aufgedeckt. Das heißt, wenn ich mich jetzt nach hier bewege, um die Einheit da aufzuscheuchen und zu töten, kann es sein, dass dann die Runde drauf, in der feindlichen Runde halt, hier noch was dazu kommt. Aber die dürfen dann nicht schießen. Das ist schon mal ein guter Anfang. Ich habe dann trotzdem recht schnell zwei Trupps, mit denen ich beschäftigen muss. Das heißt, nächste Runde muss der Scout da weg. Da bin ich aus Versehen in der feindlichen Runde, die triggert. So, du. Ich komme diese Runde noch nicht da hin. Also bewege ich mich jetzt so, dass... Wo ist die dicke Wummer? Da ist die dicke Wummer. Und bewege ich mich jetzt so, dass ich in die nächste Runde da hingehen kann. Das könnte schon zu gefährlich sein. Nur für zwei. Lieber vorsichtiger vorrücken und gleich Alt-O machen. So, du kannst... Ja, dadurch, dass jetzt links diese Einheit ist, ist das auch keine schöne Deckung mehr hier. Verkrümmel dich auch wieder mal da hin. Und jetzt irgendeine Flächenwaffe, die größer als eine Granate wäre, wäre jetzt hier sehr verheerend. Okay, ich glaube, das waren alle. Ja, du. Du kannst nicht, du hanker da. Ach, schauen wir doch mal. Sektuiden wahrscheinlich bei dem Bot, um den zu buffen. Wir haben die Tons. Du. Motion Checker. Da ist ein Dreier-Trupp. Den pinge ich jetzt mal. Oh, sehr schön. Die Sektuiden sind alleine ohne Bot. Und dann laufe ich jetzt mit dir zurück. Dass die mich nicht sehen. Und die hier warten jetzt einfach. Also ja, ich könnte auch in die Deckung da gehen. Aber dann sehen sie mich wieder und bewegen sich nicht vor. Ich... Ja, ich will lieber, dass die in mein Kreuzfeuer laufen. Halt hoch. Halt hoch. Wobei es kein Kreuzfeuer ist, weil halt, ne? Ich bin auf dem Haufen, aber ihr wisst, was ich meine. Gut, 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 gut. Ja, 60 ist gut. Du bist gebufft. Was machst du da? Du siehst nicht so super toll, aber ist okay. Du... Also du bist nicht so weit vorrückt, wie ich gedacht hätte. Könntest du für 32% dahin. Nö, das will ich nicht. Springen lieber den einzeln weg. Splish. Hurra. Nein. Und das wäre ganz schön, wenn er bis dahinten... Warum bist du nicht rot? Weil du eigentlich dahinter stehst. Das wäre... Ich könnte den Mail-Container weg sprengen. Das mache ich sogar. Spreng mal den Mail-Container weg. Ey, jo. Dame, wer hättest du nicht gerechnet, hä? Alien. Was wir so doof sind, die Container zu sprengen. Oh, wo bist du hin? Ist er weg. Also nicht zu sehen. Du... Ja, da ist er wieder. Zack, tot. Du gehst weg von der Truppe da hinten. Oh, du flankierst jemand anderen. Flankier den mal weg. Fehlt noch einer von den Sektuiden. Wenn ich richtig mitgezählt habe. Du... Pidu, Pidu. Ja, das ist doof. Ich hätte kurz überlegt, dass er hier in Deckung geht, falls der von da kommt, dass er schießen kann. Aber, nee. Lieber Mann. Da hin. 42. Und so presst ihn mal. Warum nicht? Oh. Darfst du nicht, aber du darfst. Hö, 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 hö. Precision Shot. 62% ist jetzt nicht so hoch. Ja. Das ist okay. Ja. Ja, ja, ja. Okay. Was machst du? Bleibst du da stehen oder versuchst du rauszulaufen, obwohl du suppressed bist? Was ist das Falsche? Sniper. Kann ich tappen? Da, tapp. Nochmal 62. Go. Langsam ist es nicht mehr okay zu verfehlen. Nanu? Ja, ist zu weit weg. Okay. I'm on it, Commander. Oh, sehr gut. Checkt ihn mal bitte. Oh, das ist sehr gut. Das müsste jetzt Trupp 1 gewesen sein. Und? Ist das gerade Biker gewesen, der einen Aufstieg bekommen hat? Hö, 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 hö. Sehr schön. Ähm. Jam, 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 jam. Da ist doof, wo 2 steht. 2 braucht eine bessere Stelle. Geh mal. Already da. Dahin. Ist jetzt nicht von der Deckung her besser, aber von taktischen Möglichkeiten her. So. Und anstatt jetzt Alt-O zu nutzen, gehe ich die einzeln durch. Einfach nur, um zu gucken, wer nachladen muss, zum Beispiel. Oh. Ich sehe nichts. Okay, ich sehe eine Drohne und einen großen, großen Bot. Du. Großen, großen Bot. Hat großer, großer Bot die Zurückschießfähigkeit? Anscheinend nicht. Aber ich müsste den großen, großen Bot suppressen. Kann ich mit dem Double Tap suppressen? Wenn nicht, habe ich noch einen Infanteristen, der das machen kann. Ja, weil er hat richtig gut Ums. Das heißt, ich mache es lieber mit dem. Allerdings kann ich mit ihm nicht suppressen, weil er im Overwatch ist und wenn ich mich irgendwo anders hin bewege, wo auch immer das andere wäre, klappt das nicht. Die Granate kommt auch bei weitem nicht so weit. Das heißt, ich bräuchte jetzt Oh, genau. Erstmal dich ausschalten, um du dich reparierst. Das klingt sehr gut. Moomist. Ähm, 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 ähm. Gut. Hast du noch Plasma-Waffen? Das ist sehr beruhigend. Wenn das diese Strahlenwaffen, diese Orangenen wären, dann wäre ich gleich wesentlich zappeliger. Uh, halt da mal ein bisschen drauf. Also nicht wegen Tech, weil Tech hat er ja schon. Ist nur noch ganz allgemein. Du, nochmal mit 100%. Sehr schön. Ah, die kriegen wir sowas von geknackt. Geil. Du, Geh bitte da hin. Fast versucht, auf den zu schießen. Nein, nein, hier. Setz den am Ende. Fast. Dass du von hier nicht schießen kannst. Okay, geh aus deiner schönen, schönen Deckung weg.